Die Post. Wir bringen die Schweiz zusammen. Jeden Tag. Seit 1849. Seit über 170 Jahren treibt die Schweizerische Post regelmäßig Transformationsbewegungen an und modernisiert dadurch immer wieder die Schweiz. Als Unternehmen im Besitz der Eidgenossenschaft sind wir den stärksten Schweizer Werten verbunden. Die Post ist Teil der Identität der Schweiz. Service Public heißt für uns, für alle, überall und gleichwertig. Der Alltag und die Bedürfnisse der Menschen in der Schweiz verändern sich. Die Post wird auch die neuen Bedürfnisse erfüllen, ganz gleich ob physisch oder digital. Deshalb verändern wir uns, so wie wir es seit jeher tun. Wir handeln jeden Tag unternehmerisch und wir sind innovativ. Denn ein Land, das sich bewegt, braucht auch eine Post, die das auch tut. Denn es geht uns um den Nutzen für unsere Kunden und die Schweiz. Wir wollen wachsen und eine wichtige und gute Arbeitgeberin überall in der Schweiz bleiben. Und wir wollen unsere Leistungen auch in Zukunft aus der eigenen Tasche finanzieren. Wir konzentrieren uns dazu auf das, was wir am besten können. Den sicheren Transport von Waren, Informationen, Personen und Zahlungen. Unser Wachstum verfolgen wir in unseren beiden traditionellen Kernkompetenzen, der Logistik und der Kommunikation. Die beabsichtigte Bündelung unserer Logistikleistungen erlaubt uns, über die nächsten Jahre hinweg den Paketboom zu bewältigen. Denn die Menschen wollen es bequem haben und immer mehr, sofort, überall und umweltfreundlich beliefert werden. Am besten direkt an der Haustür. Und die Unternehmen wollen vom E-Commerce-Trend profitieren und brauchen den einfachen und sicheren Zugang zum Weltmarkt. Dazu werden gezielte Investitionen in der Schweiz und im benachbarten Ausland nötig sein. Und wir werden das Wachstumspotenzial nutzen, das in branchenspezifischen Lösungen, in Logistikplattformen und in der Güterlogistik liegt. Und durch die engere Zusammenarbeit von Brief- und Paketlogistik werden wir unsere starke Stellung im Kurier, Express, Paket- und Briefmarkt und im E-Commerce ausbauen. Arbeitsplätze sicher machen. Kommunikation. Das Briefgeheimnis, das wir seit über 170 Jahren garantieren, ist einer der größten Kundennutzen der Post. Wir werden es in die digitale Welt bringen. Wir bieten den Schweizern eine einheimische, bundesnahe Alternative zur Sicherung ihrer Vertraulichkeit und Privatsphäre in der digitalen Welt. Gerade bei sensiblen Daten, zum Beispiel zu Gesundheit und Behördenkontakten. Wir verhelfen der Schweiz ihren Menschen, ihren KMU, zu einem sanften Übergang in die digitale Zeit. So, dass jeder mitkommt. Auch dank unserer physischen Präsenz überall in der Schweiz. Das Postnetz. Wir halten unsere Versprechen. Bis Ende 2020 haben wir ein Netz von mehr als 4.600 Zugangspunkten. Wir halten am bestehenden Netz mit rund 800 eigenbetriebenen Filialen fest. Mit der Öffnung unserer Filialen für strategische Geschäftspartner erhalten die Filialen einen neuen Wert auf verschiedenen Ebenen. Die Bevölkerung erhält an einem zentralen und vertrauten Ort den Zugang zu Dienstleistungen fürs tägliche Leben. Damit unterstützen wir die Menschen in der Schweiz im Umgang mit digitalen Dienstleistungen. Unsere Filialen bieten den strategischen Partnern so die Nähe zu ihren Kunden. Und diese Öffnung ermöglicht unseren Mitarbeitenden weiterhin Jobs und hält ihre Aufgaben spannend. Wir investieren zudem weiter in die Filialen mit Partnern, mit Schulungen und lokalem Support. Auch in Automaten und in digitale Zugangspunkte investieren wir und bauen sie entlang der gesellschaftlichen Entwicklung aus. Post Auto ist auf der Straße das Rückgrat der Mobilität zwischen Stadt und Land, schweizweit. Das Mobilitätsbedürfnis der Schweiz wird weiter zunehmen. Wir werden unsere Dienstleistungen künftig noch stärker vernetzt erbringen und smarte Lösungen für städtische und ländliche Regionen anbieten. So spielen wir auch in Zukunft eine gestaltende Rolle im öffentlichen Verkehr. Wir investieren in alternative Antriebe und Elektrofahrzeuge, denn Mobilität soll nicht zulasten der Umwelt gehen. Für PostFinance ist wichtig, dass das Gesetz Ihnen künftig erlaubt, Kredite und Hypotheken zu vergeben. Wir garantieren auch künftig flächendeckend den Zugang zu Dienstleistungen des Zahlungsverkehrs. Und natürlich rund um die Uhr, von überall her, online. SwissPost Solutions schließlich ist ein Sonderfall, im guten Sinne. Unsere Tochter mit Geschäftsprozesslösungen und digitalem Dokumentenmanagement wächst stark und profitabel, vor allem im Ausland. SwissPost Solutions soll auch in Zukunft ihr volles Entwicklungspotenzial ausschöpfen können. Für alle diese Märkte und Angebote bauen wir auf unsere traditionellen Stärken. Wir entwickeln sie weiter, schauen voraus und testen neue Ideen und Lösungen. Im Kleinen wie im Großen. Wir handeln immer fair und im Sinne der Schweiz. So arbeiten wir für unser Land. Heute und in Zukunft. Wir handeln vorbildlich für Mensch und Umwelt. Dadurch tragen wir zu einer modernen, wettbewerbsfähigen, offenen Schweiz und zum Gemeinwohl der Schweiz bei. Dem Wirtschaftsstandort, dem Lebensraum, seinen Unternehmen und Menschen. Wir wollen auch für die nächste Generation der Motor für eine moderne Schweiz sein. Die Post. Der Motor für eine moderne Schweiz.